Wir leben natürlich davon, weiterempfohlen zu werden. Und da haben wir natürlich auch eine oberste Maxime mit unserem Team, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele bestmöglichst und effizient zu erreichen. Für Eigentümer unternehmen wir alles, um ihre Immobilien zu einem marktgerechten Preis zu verkaufen. Mein Name ist Katja Lankes. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich jetzt schon mit Immobilien. Mein Team und ich sind die Spezialisten, wenn es um den Verkauf, die Vermietung und im Besonderen die Bewertung und die Beratung von Immobilien geht. Und da ist es egal, ob es die Wohnimmobilie ist, die Gewerbeimmobilie oder eben die Grundstücke. Wichtig ist mir, dass Sie verstehen, dass wir uns auch als Projektentwickler und Bauträger verstehen. Eigenankauf ist hier natürlich selbstverständlich, sowohl von Grundstücken als auch von Bestandsimmobilien. Ist es wahr? Ist es fair für alle Beteiligten? Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? Ist es zum Wohl aller Beteiligten? Dafür garantiere ich mit meinem Namen Katja Lankes, Lankes Immobilien.